Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Leute die Ereignisse beschlagen sind einfach es ist einfach wirklich ich weiß nicht mehr was hier was im Fortnite passiert ich bin mega gespannt heute Abend um 21 Uhr werte ich den Livestream starten und zwar ein Notfall-Listream warum ein Notfall-Listream also Leute seid auf jeden Fall gespannt heute Abend um 22 Uhr wird es ein Livestream geben um was es sich da handeln wird es ist mega krass die Ereignisse beschlagen sich einfach es ist etwas passiert und zwar die ihr wisst ja ähm die Insel er hat ja dieses komische Portal oder was auch immer das da ist drüber und dieses Portal ist so groß und sieht so aus als würde da heute etwas passieren also heute Abend verpasst es nicht schreibt solchen Kalender heute Abend denke ich mal ab 21 Uhr werde ich den Livestream anhauen wir werden sehen was auch heute um 22 Uhr passiert ich vermute mal es wird etwas passieren ähm auf jeden Fall heute um 22 Uhr Livestream wollte ich es nur am Anfang gesagt haben und es ist egal was ich hier für eine Runde spiele ich bin gerade mega gehypt und ich bin auf jeden Fall auch richtig gespannt was heute Abend passieren wird mit der Insel und also ich denke mal heute wird etwas passieren muss ich ganz also sagen heute denke ich da wird etwas passieren da einfach die dieses Portal ist so groß hat euch hier auch ein Bild einblenden von dem Portal also ich will hier sie das auch gemacht das ist so riesig und das sieht einfach aus als wer heute als würde heute irgendwas passieren deswegen Leute verpasst heute Abend um 22 Uhr wird dieses Event stattfinden oder wird irgendwas passieren hier in Fort Neid und ich denke mal Werder ab jetzt war also jetzt kurz in den ja wo bist du achta 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 ja komm das machst du was machst du nein was machst du was machst du oder hab ihn hab ihn holy moly Leute oh nix zum bauen mann wie ich das mal lieber holy moly Leute jetzt mal hier ganz oft Band ich dachte schon das war die Runde gewesen es geht hier weiter zu solche Runden das wird auf jeden Fall um 22 Uhr wird irgendwas passieren wird auf jeden Fall mega um hier ist keine Falle Hallo ach so so werden sie mal ganz schönes Metpick Peck hier drücken vielleicht ist ja okay nicht gut holy moly Leute ich bin auf jeden Fall mega gehypt sei es einfach mal so um ein Gott hätte schon hätte das Ende sein können aber er hat wohl nicht damit gerechnet dass der Herr Paul Berger hier aus der Ecke kommt und ihn schütteln weg Metzelt ich weiß nicht was soll ich mitnehmen ich glaube ich nehme das Sturm hr ich bin das sein heute mal hier mit Salva um hr 120 125 Leben ist jetzt nicht perfekt gut also heute um 22 Uhr denken also wird das Erreignis passieren wird irgendwas passieren fort fort hat auch so deswegen hat er da an den Leistung an Hau und der Astor das ist so ein Tag das und in den Streamer äh deswegen bin ich auf jeden Fall mal richtig gespannt ja m genau also ich muss kann er sagen ich bin überhaupt nicht warm gespielt ich bin wieder mit der Anfänger ich weiß nicht was heute los ist also ja Herr Lama dies ist ja ganz nett die ist ja ganz nett von dir dass du uns hier begegnet so um die hätte ich fast gar nicht gesehen Herr Lama Herr Lama Herr Lama so ähm auf jeden Fall bin ich auf jeden Fall mega gespannt was hier passiert heute und ich denke mal dass ich hier noch das müsst ihr unbedingt machen wenn ihr Fallen platziert hier in Zomato Temple müsst ihr die unbedingt hier ran platzieren die sieht man einfach null ist einfach so richtig krass ein kleiner Tipp von mir ja also ihr seht hier ooooh oh mein Gott was war denn das für einer da denkt er der Paul Berger kann mich nicht leiten oder was oh ich glaub das war das Ende oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh Gott oh Gott oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh was hab ich denn da gemacht das ist es halt wenn man aussehen auf dem falschen Controller Schönen kommt gut Leute ähm ich würde sagen ich hab den gar nicht gesehen lol ähm das war's heute Abend um 21 Uhr oder so wird ich denke ich war den Stream anhauen das war's Leute macht's gut ciao und bis später bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal